Der kleine Schwan Stefan lernt fliegen. Der Schwan Stefan war ein Spielkind. Am Stadtteich, an dem er lebte, gab es eine Menge zu entdecken. Mit seinem Schnabel wühlte er durch das Schilf am Ufer. Die Halme streiften sein Gefieder. Im Schatten der Halme war es kühl. Hier war das Wasser flach und die Pflanzen vom Teichboden erreichbar. Stefan zupfte die Triebe unter Wasser ab. Ein bisschen hier, ein bisschen da und noch etwas Leckeres da drüben. Plötzlich fühlte er etwas Knisterndes in seinem Schnabel. Bäh! Es schmeckte nicht. Stefan wusste nicht, was das war. Aber es war definitiv kein Gras. Der kleine Schwan Stefan hatte auf Folie gebissen. Stefan klapperte mit seinem Schnabel auf und zu. Die Folie löste sich. Dann flatterte er zurück in die Mitte des Sees. Zurück zu Mama und Papa. Mama, Mama, rief er. Ich habe auf Folie gebissen. Ich hätte sie beinah gegessen, beinah verschluckt. Die Schwanenmutter legte ihren Flügel um ihr Junges. Stefan, hast du es gleich wieder ausgespuckt, ja? Ja, es hat nicht geschmeckt, quakte er. Seine Mutter hatte sich aufgeplustert. Diese Menschen, sie lassen ihren Müll liegen, wo sie wollen. Wenn sie wüssten, dass sie dein Leben gefährten, mein armes Kind. Du könntest die Folie verschlucken und an ihr ersticken. Stefan wollte wiederholen, dass er die Folie doch ausgespuckt hatte, aber seine Mutter redete ununterbrochen. Sie wandte sich an Stefans Papa, Samuel. Nicht nur ersticken. Samuel, stell dir vor, er hätte auch nur ein winziges Stück verschluckt. Wer weiß, was dann passiert wäre. Stefans Papa legte seinen Kopf zur Seite und sagte, Sylvie, beruhige dich. Er hat die Folie ausgespuckt. Nichts ist passiert. Trotzdem, diese Menschen verpesten unseren Lebensraum. Stefan, Liebling, halte ich bitte von Ihnen fern. Sie sind böse. Stefan hatte noch nie einen Menschen gesehen. Doch er glaubte seiner Mutter. Sie würde schon recht haben. Am Abend kuschelte sich Stefan zwischen Mama und Papa im Schwanenhaus. Hier war es warm. Hier lag keine Knisterfolie. Seine Mutter schlief bereits. Stefan sah zu seinem Vater auf und sagte, Papa? Ja, mein Sohn. Wer sind diese Menschen? Sein Vater dachte einen Moment nach. Dann antwortete er, Nun, im Grunde genommen sind sie Tiere wie du und ich. Nur sehen sie anders aus. Sie bewegen sich auf dem Land und sie fliegen nicht wie wir, Schwäne. Sie sind höher entwickelt. Aber sie sind nichts Besseres als wir. Der kleine Schwan Stefan fragte seinen Vater erneut. Mama sagt, sie sind böse und verpesten unseren Lebensraum. Nun, einige von ihnen lassen ihren Müll liegen. Aber das machen sie nicht, um uns Schwänen zu schaden. Sie denken einfach nur an sich und nicht an uns Schwäne und andere Wasservögel wie die Enten. Ist das böse, Papa? Nein, Stefan. Böse wäre es, wenn sie uns etwas Schlechtes wollen würden und den Müll mit Absicht hinterlassen würden. Aber das machen sie nicht. Sie sind im Herzen gut. Nur manchmal etwas eigennützig und zu faul, den Müll mitzunehmen. Stefan lauschte den Worten seines Vaters. Dieser fuhr fort. Die meisten Menschen nehmen ihren Müll mit. Es gibt sogar Menschen, die für uns Schwäne sorgen. Stefan, sieh dir unser Haus an, in dem wir leben. Das Haus hat ein Mensch gebaut. Dieses Haus schützt uns vor Unwettern und anderen Tieren. Der Mensch hat es gut mit uns gemeint. Du meinst, es sind gar nicht alle Menschen böse? Nein, Stefan. Es gibt keine bösen Menschen. Hinter allem, was sie tun, steckt etwas Gutes. Einige Menschen sind etwas egoistisch und denken an sich. Ja, okay. Aber nur einige. Mama sagt dann, alle Menschen wären so. Sie macht sich Sorgen um dich, Stefan. Auch das ist okay, denn sie ist deine Mutter. Nein, murmelte Stefan im Halbschlaf. Er war müde und verstand nicht, was eigennützig bedeutete. Und auch das Wort Sorgen hatte er noch nie gehört. Er schwebte in das Land der Träume. Schon bald würde ein großer Tag kommen. Stefan spürte, wie die Herbstsonne seine Federn wärmte. Er schwamm mit Papa und seinen Geschwistern Sven, Sarah und Simon über den Teich. Heute war ein großer Tag. Vor 18 Wochen waren die Geschwister geschlüpft. Sie munkelten untereinander, dass sie heute fliegen lernen sollten. Papa schwamm voraus. Sie durchquerten eine Stelle, die die zwei Parkteiche verbannt. Dann stoppte ihr Vater. Vor ihnen ruhte der benachbarte Teich wie eine Stadtbahn. So, beckern er. Kinder, wir Schwäne schwimmen die meiste Zeit im Wasser. Doch wir besitzen auch Flügel. Wir sollten sie nutzen und die Lüfte erobern. Heute lernen wir fliegen. Sven, du fängst an. Stefans Bruder Sven schwamm von der Gruppe weg in Richtung des kleinen Teichs. Er schwamm und wurde immer schneller. Schlug mit den Flügeln, lief einen Moment über das Wasser und hob schließlich in die Luft ab. Es sah so leicht aus. Sven schwebte kinderleicht durch die Luft. Jetzt du, Sarah, rief Papa. Die kleine Schwänen schlängelte sich an ihrem Vater vorbei zu der Stelle, von der auch Sven gestartet war. Sie atmete tief. Komm schon, Sarah, du schaffst das, ermutigte sie Papa. Dann flatterte Sarah mit den Flügeln auf der Stelle. Kreise breiteten sich auf der Wasseroberfläche aus. Ihr Körper erhob sich und sank wieder zurück. Beweg deine Füße, rief ihr Vater. Sarah fiel zurück ins Wasser. Dann streckte sie ihren Hals lang nach vorn und schwamm immer schneller. Sie bewegte ihre Füße immer schneller. Immer schneller und schneller. Und schließlich hob sie mit kräftigen Flügeschlägen in die Luft ab. Hoch zu ihrem Bruder Sven, der über dem Teich kreiste. Jetzt war Stefan an der Reihe. Der kleine Schwan schwamm zur Stadtbahn. Der Parkteich ruhte vor ihm. Er spürte sein Herz bis in den Kopf schlagen. Der Wind zog durch seine Federn und drückte ihm im Wasser nach hinten. Stefan schloss die Augen und konzentrierte sich. Dann strampelte er mit seinen Beinen so kräftig wie noch nie zuvor. Stefan schwamm durch das Wasser. Er schwamm nicht nur, er fegte über das Wasser. Er breitete seine Flügel aus, schlug sie nach unten und oben und unten und oben und unten und oben und... Der Wind blies ihm ins Gesicht. Stefan flog. Mit jedem Flügelschlag entfernte er sich mehr vom Boden. Mit jedem Augenblick schrumpften die Bäume da unten. Plötzlich tauchten Sarah und Sven rechts neben ihnen auf. Willkommen in der Luft, rief Sven fröhlich. Gut gemacht, Kinder, rief eine Stimme von links. Es war sein Vater. Er war mit dem jüngsten Bruder Simon nun auch gestartet und passte auf seine Kinder in der Luft hier oben auf. Die Familie schwebte über den Stadtpark. Stefan sah nach unten. Helle Streifen durchzogen den Park. Auf den Linien bewegten sich schwarze Punkte. Papa, rief Stefan seinem Vater zu. Was sind das da unten für Punkte? Sein Vater lächelte und kam näher an ihn heran, damit ihn Stefan besser verstehen konnte. Da ist mein Sohn. Da unten sind Menschen. Das sind Menschen? Aber Papa, sie sehen so lieb aus, so klein. Ich dachte, sie sind böse und gefährlich. Stefan, ich sagte doch schon, sie sind nicht böse und erst recht von hier oben nicht gefährlich. Zieh sie dir an. Ja, sie sind so winzig, Papa. Aber siehst du, Stefan, wenn wir die Dinge mit Abstand betrachten, erkennen wir, wie die Welt wirklich ist. An diesem Tag hatte Stefan mehr gelernt als nur fliegen. Er hatte gelernt, dass er die Dinge nur von einer anderen Seite betrachten zu brauchte, um zu erkennen, dass alles gut war, dass manchmal nur ein Wechsel des Blickwinkels benötigt wurde, um die Welt in einem ganz anderen Licht zu sehen. Wenn euch diese kleine Farbe gefallen hat, dann ist sicher das Hörbuch zur Lesungsreihe Die Reisen des Kuhkönigs, Geschichten aus den Bergen von Huckland, mit dem ersten Buch Die Suche nach dem Glück, das Richtige für euch. Ladet euch das Hörbuch sehr gern herunter im Webshop auf meiner Webseite www.kuhkönig.de. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als Teilnehmer dieser Lesung erhaltet ihr das Hörbuch zum Lesungspreis von nur 9,95 als Download als MP3 und könnt euch das Hörbuch jederzeit und überall auf eurem Smartphone oder eurem PC anhören. Das Angebot ist wie immer bis morgen 18 Uhr gültig. Normalerweise kostet das Buch 9,95. Wenn euch diese Lesung gefallen hat, dann hinterlasst mir sehr gern einen Like und wenn ihr über die neuesten Lesungen und Hörproben meiner Tiergeschichten rund um das positive Denken und meiner anderen Kinderbücher informiert bleiben wollt, dann abonniert sehr gern meinen Kanal und seid auch nächste Woche Sonntag wieder um 18 Uhr dabei. Nächste Woche Sonntag 18 Uhr, den 10. Mai geht es um das Thema Jedes Verhalten von uns und jede Eigenschaft kann gut sein. Auch wenn wir es manchmal nicht denken. Es kommt nur auf die Situation drauf an. Mit diesen Worten verabschiede ich euch, wünsche euch eine wunderbare Woche und freue mich, dass wir uns nächste Woche Sonntag hier wieder um 18 Uhr auf meinem YouTube-Kanal wiedersehen. Bleibt gesund, denkt positiv. Viele Grüße von Kirjan und eurem Mario Mietig aus Frankfurt-Berkersheim. Tschüss.